So Hätte mich übrigens stark, äh, hätte mich stark interessiert, der Julien's Blog, ne, den kennt man ja inzwischen doch schon Und, äh, der hat ja so ne, so ne Bibel Dingens gemacht, wo er dann einfach Sachen aus der Bibel vorliest und sagt, Äh, das ist voll voll Bullshit, Alter! Ähm, ne, hat er halt irgendwie, oder widerlegt oder in Frage gestellt oder was auch immer Natürlich in seiner ganz eigenen nonchalanten Art und Weise, wie er das eben so macht Und da hätte ich mal, äh, hätte mich mal interessiert Warum macht er denn sowas nicht mit dem Koran mal just for fun, hm? Na, wie wär's? Das wär doch bestimmt voll die lustige, wo komm ich denn hier lang, äh, wär doch bestimmt voll die lustige Sache Würde ich gern mal die Reaktionen drauf sehen